Unser Landkreis hat viele schöne Seiten. Wenn wir ihn weiterhin so lebenswert erhalten wollen, müssen wir mit Innovationen schneller sein als andere. Als Meister und Ausbilder trage ich meinen Teil dazu bei und stehe hundertprozentig hinter dem Handwerk. Wir haben in den letzten Jahren viel in Bildung investiert, weil wir wissen, wie wichtig sie für die Zukunft unserer Kinder ist. Genauso wichtig ist auch der Einsatz im Ehrenamt. Ich versuche hier Vorbild zu sein, anzupacken, zu helfen, meine Heimat voranzubringen. Mein persönliches Steckenpferd ist dabei seit Jahren die Förderung regionaler Energiegewinnung. Ich bin mir sicher, dass Regionalität und Nachhaltigkeit zum Wohl der Bürger sehr gut zusammenpassen. Ich freue mich über die vielfältige Unterstützung, die ich in meinem politischen Handeln erfahre. Jetzt auch als Landtagskandidat. Sie bedeutet mir viel, denn wenn wir für Franken etwas erreichen wollen, dann müssen wir zusammenarbeiten. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich am 15. September als Ihren Landtagsabgeordneten in den Bayerischen Landtag wählen würden. Eins kann ich Ihnen versprechen. Mit mir bleibt die Politik erfrischend, unkompliziert und natürlich.